So, hallo Leute, ich bin's nochmal, ich habe einige Anfragen bekommen, teilweise auch per WhatsApp von Bekannten, die auch den gleichen Drucker haben wie ich, nämlich den X5SA und wie denn jetzt der Unterschied wirklich ist auf Marlin zu der originalen G2, weil es ja im Moment ein bisschen schlecht mit Corona und besuchen, ja, es ist halt eine ganz blöde Zeit in der Richtung. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal ein ganz kurzes Video, ich habe jetzt hier zwei Teile, die ich halt gedruckt habe und die habe ich halt eins mit der G2 gedruckt und eins mit der Marlin gedruckt, ich meine die Druckbetthaftung war jetzt nicht so tolle bei beiden, das ist aber egal, es geht jetzt einfach nur um den Unterschied, das Filament war jetzt auch nicht ganz trocken, das muss ich dazu sagen, aber trotzdem ist der Unterschied sehr deutlich zu sehen. Es ist der gleiche G-Code, nicht neu programmiert oder so, einfach nur nach der Installation von Marlin und dem Bettleveln einmal gedruckt. So, ich halte das jetzt mal hier in die Kamera, also es ist halt wirklich so, dass jetzt das da die Startpunkte sind, ich drehe es nochmal ein bisschen zurück, das sind die Startpunkte und mit der G2 ist das obere, die Marlin ist das untere, wo auch das Gewinde deutlich besser aussieht. Wenn man jetzt hier dreht, ist es halt überhaupt kein Vergleich. Also die Marlin läuft viel runder und vor allen Dingen war bei der Marlin noch nicht mal der Extruder kalibriert. Also es war wirklich so, dass ich die einfach nur aufgespielt habe und habe diesen SD-Kartenhalter hier laufen lassen. Ja, das Gewinde trotzdem ist, wie gesagt, das Filament war nicht ganz trocken. Das obere sieht halt absolut Mist aus. Passt auch kein Deckel drauf, kann man vergessen. Und das untere sieht halt echt okay aus. Vergleich dazu. Und das liegt halt daran, mit der G2-Software läuft der Drucker halt von der Dynamik her ganz anders. Der ist langsam, der tut sich schwer, der kommt nicht in die Hufe. Das ist totaler Blödsinn eigentlich. Ja, und der härteste Unterschied ist halt, wenn man hier reinguckt, weil das linke ist jetzt die Marlin. Das rechte, was so verkrotzt und verkrüppelt aussieht, das ist die G2. Ich meine, es ist jetzt schwarz, das mag alles sein. Man sieht die Unterschiede nicht ganz so gut, aber ich denke, man wird es schon so sehen, dass man halt damit auch was anfangen kann. Man sieht auch hier, wenn man genau hinguckt, dass teilweise die Linien gar nicht richtig geschlossen sind bei der G2. Und im Gegensatz dazu dann die Marlin. Da sieht das alles fast perfekt aus, obwohl halt, wie gesagt, das Filament nicht ganz trocken war, es ist auch nichts passiert in der Zwischenzeit. Also sie sind wirklich hintereinander gedruckt worden. Und das wollte ich halt nochmal dazu sagen, weil halt in dieser Richtung Fragen kamen und ich möchte das halt niemandem vorenthalten. So sah das halt auch bei den Testwürfeln aus, die ich noch gedruckt habe. Gleiches Druckbild, selbst mit trockenem PLA, gleiches Druckbild, also mittelmäßig mit der G2. Perfekt oder annähernd perfekt mit Marlin. Und ich habe noch nicht mal irgendwas mit den Achsen eingestellt oder so. Das habe ich auch bisher nicht gemacht, weil ich finde, die Nuancen sind so wenig, was da schlecht aussieht, dass sich es halt einfach nicht lohnt. Und ja, das wollte ich halt dazu nochmal gesagt haben. Ich denke, das Video wird halt einigen da so ein bisschen schon mitteilen können, wie oder was da halt passiert. Und wird halt auch in diesem Sinne dann den einen oder anderen weiterbringen in der Entscheidung, ob er jetzt Marlin installiert oder ob er halt die G2 drauf lässt. Ja. Ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein. Dann würde ich sagen, einen schönen Abend bis zum nächsten Video und lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke.